So, ja, dann starten wir die Aufnahmen und damit ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video in der Gewinnermittlung. Schön, dass ihr da am Start seid. Wir haben uns im letzten Video dieser Aufgabe gewidmet und zwar ein Unternehmen kauft am 1.8. der Periode X0 einen neuen Schreibtisch für einen Büroraum. Diesen Schreibtisch ordnen wir im Anlagevermögen dem Konto Betriebs- und Geschäftsausstattung zu, kurz genannt BGA. Muss ich jetzt hier nicht nochmal notieren. Die Anschaffungskosten betragen dabei 800 Euro und die Nutzungsdauer wird auf 13 Jahre geschätzt. Wir markieren uns nochmal die wichtigsten Daten und zwar Anschaffung am 1.8. der Periode X0. Ganz wichtig, weil wir hier anteilig abschreiben werden. Dann haben wir 800 Euro als Anschaffungskostenwert und einmal Nutzungsdauer 13 Jahre. Das sind die wichtigsten Daten, die müsst ihr euch entsprechend aus der Ausgabe, auch Ausgabe sei es schon, aus der Aufgabe holen. So, worum geht es heute? Und zwar es geht heute um geringwertige Wirtschaftsgüter. Im letzten Video haben wir den Schreibtisch aktiviert, regulär aktiviert und abgeschrieben über die Nutzungsdauer von 13 Jahren beziehungsweise wir haben es nicht getan. Ich habe nach dem zweiten Jahr schon Feierabend gemacht, beziehungsweise glaube ich am Ende des ersten Jahres schon Feierabend gemacht. Wir haben uns einfach nur die Halbjahresregel und Pro Rater Temporus angesehen, weil wir dann eben wissen, okay, wir schreiben jedes Jahr immer einen gewissen A-Verbetrag ab, weil wir eben entsprechend linear abschreiben. Ist auch der Regelfall, degressive Abschreibung, armetisch-degressive Abschreibung, leistungsorientierte Abschreibung werden wir hier nicht anwenden. Das ist Thema im externen Rechnungswesen, da könnt ihr gerne mal einen Blick hineinwerfen. So, Aufgabe, welche Abschreibungsmöglichkeiten haben wir jetzt hier? Eine haben wir kennengelernt und zwar die reguläre Aktivierung. Wir schreiben hier mal hin, Aktivierung. Diese haben wir bereits vorgenommen. So, wir hätten jetzt hier noch den Paragrafen hindoktern können und zwar Paragraf einmal den 253er Absatz 1 Satz 1 HGB. So, und wir können noch im Steuerrechner mal nachgucken. Da haben wir den 6er kennengelernt und zwar Absatz 1 Nummer 1 und das Ganze hier Satz 1, ja, Satz 1 ESTG. So, also ich versuche im Gesetz immer so konkret wie möglich zu werden. Wenn ich jetzt hier nur schreibe, okay, Paragraf 253, dann ist er recht lang. Wenn ich schreibe Absatz 1, habe ich das schon mal begrenzt. Wenn ich jetzt aber schreibe Satz 1, dann weiß der Leser genau, okay, da muss ich nachgucken. So, dann muss der Leser nicht die ganze Zeit im Gesetzestext suchen. Wo findet er das denn jetzt? Ich beziehe mich zwar auf den richtigen Paragrafen, aber wo in diesem Paragrafen findet der Leser das? Und die Aktivierung haben wir vorgenommen. Wir haben kennengelernt, okay, es gibt zwei Regeln, Pro Rata Temporis. Das heißt, anteilig im Zwölftel, sprich für einen Monat, ein Zwölftel abschreiben. Je nachdem, wann ich das gut angeschafft habe. Hier wären das jetzt fünf Monate, die ich abschreiben müsste, weil mich die Monate davor nicht interessieren. Ich habe erst ab dem 1.8. das Wirtschaftsgut im Unternehmen. Dementsprechend habe ich ab dem 1.8. abzuschreiben. Was mein Vorgänger davor gemacht hat, interessiert mich nicht. Ich habe einen Kaufpreis gezahlt. Ich habe Anschaffungskosten. So, und ab dem 1.8. ist abzuschreiben und zwar anteilig pro Monat ein Zwölftel abziehen. Das heißt, die Monate davor sind entsprechend nicht abzuziehen. So, dann gibt es aber neben Pro Rata Temporis auf die Halbjahresregel. Die können wir allerdings nur für die Handelsbilanz nutzen. Verpflichtend für die Steuerbilanz ist Pro Rata Temporis. Halbjahresregel ist eine Vereinfachungsregel. Wir dürfen jetzt, wenn wir das Wirtschaftsgut im zweiten Halbjahr anschaffen, dann das komplette zweite Halbjahr absetzen. So, das ist eigentlich alles, was wir im letzten Video kennengelernt haben. Wenn wir da noch mehr Input benötigen, noch mehr Details etc. Der Gesetzestext steht dort zur Verfügung, die Fachliteratur etc. Aber wie gesagt, Möglichkeit Aktivierung. Dann haben wir zwei weitere Möglichkeiten, die wir jetzt herausfinden werden. Und zwar haben wir hier vier Klassen, die wir von der Differenzierung differenzieren. Eigentlich nur drei. Das sind die sogenannten Abschreibungsmöglichkeiten. Die wollen wir herausfinden für unseren Fall. Erste Abschreibungsmöglichkeit. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 250 Euro. Bis 250. Da fallen wir gar nicht drunter. Aber was gilt dafür? Wir haben hier die Möglichkeit der Sofortabschreibung als Betriebsausgabe oder die Aktivierung. Also schreiben wir hin. Sofortabschreibung. Sofortabschreibung. Abschreibung. Oder die Aktivierung. Oder Aktivierung. So. Erste Möglichkeit damit abgehakt. Darunter fallen wir auch nicht. Dann haben wir allerdings Werte 250 bis 800 Euro. Ganz wichtig bis 800 Euro. 1 Cent 1 Euro mehr und wir sind drüber. Also größer 250 Euro heißt marginal größer. Also 250 und 1 Cent oder 251 Euro würde ich jetzt hier mal sagen. So. Wirtschaftsgüter. Welche Möglichkeiten haben wir da? Wir haben die Möglichkeit den Sammelposten in Anspruch zu nehmen. Ansonsten Sofortabschreibung als Betriebsausgabe oder die Aktivierung. Also Möglichkeit von Sammelposten. Sammelposten. Oder Sofortabschreibung. Sofortabschreibung. Abschreibung. Oder Aktivierung. Oder Aktivierung. Aktivierung. So. Und das sind Möglichkeiten, die wir hier oben auch hin doktern können. Und zwar wir haben zum einen den Sammelposten. Sammelposten. Und wir haben die Möglichkeit der Sofortabschreibung. Also notieren wir. Okay. Der Strich hier. Die Linie reicht jetzt nicht aus. Aber egal. Sofortabschreibung. Schreibung. So. Und diese Möglichkeiten gucken wir uns jetzt alle an. Bis auf die Aktivierung, die wir im letzten Video bereits bearbeitet. Das ist einfach regulär, dass wir über die Nutzungsdauer von 13 Jahren abschreiben. Planmäßig abschreiben. Planmäßige AFA ermitteln. Sind hier 800 durch 13. Da haben wir einen Betrag von knapp 60 Euro. Roundabout 60 Euro. Diese schreiben wir jeden Monat. Jeden Monat sei es schon jedes Jahr ab. Wenn wir das Wirtschaftsgut im Laufe des Jahres angeschafft haben. Halbjahresregel oder Pro Rata Temporis Punkt. Das ist alles. Ist nicht schwer. Und wie gesagt. Wir schreiben hier linear ab. Das habe ich hier ganz zu Anfang. Wo wir uns mit den Anschaffungskosten auseinandergesetzt haben gesagt. Wir gehen hier immer von der linearen Abschreibung aus. Die anderen Abschreibungsmethoden interessieren uns hier nicht. So. Sofort heißt. Wir haben hier einmal den Paragrafen 6 Absatz 2a im ESTG. Ne Sammelposten heißt das. Sofortabschreibung heißt. Ich muss ja kurz gucken. Welchen Paragrafen haben wir hier? Den Paragrafen 6 Absatz 2. So. Ja. Okay. Paragrafen 6 Absatz 2 im ESTG. Wir gucken da auch gleich hinein. Wenn wir uns die beiden Möglichkeiten im Detail noch anschauen. Wir sind da noch nicht fertig. Und zwar haben wir noch zwei Klassen. Eigentlich nur eine Klasse. Unsere Wirtschaftsgüter mit Anschaffung der Herstellungskosten. Größe 800 bis 1000 Euro. Und hier ist es so, dass wir einen Sammelposten bilden können oder wir aktivieren. Also Bildung von Sammelposten. Sammelposten. Oder die Aktivierung. Aktivierung. Warum? So. Ja. Und dann eigentlich abzugrenzen von den ersten drei Punkten sind Wirtschaftsgüter mit Anschaffung der Herstellungskosten größer 1000 Euro. Hier gilt ausschließlich Aktivierung. Aktivierung. Ich nehme mal an, dass der Gesetzgeber sich gedacht hat, okay, alle Wirtschaftsgüter unter 1000 Euro an Anschaffungs- und Herstellungskosten wert. Da müssen wir ein bisschen was vereinfachen. Und hat geringwertige Wirtschaftsgüter geschaffen. So. Und diese finden wir auch im Gesetz entsprechend definiert. Mit diesen ganzen Möglichkeiten. Und hier habe ich euch ja einige Rechtsnormen auch entsprechend genannt. So. Ich habe das Ganze natürlich in der Übung berechnet. Beziehungsweise die Übungsleiter hat das vorne ermittelt. Und die gehen wir jetzt mal kurz nochmal durch. Ich fange trotzdem nochmal an mit der regulären Aktivierung. Und zwar Zugang. Anschaffungskostenprinzip. Das heißt 800 Euro setzen wir an und schreiben dann jährlich einen bestimmten AFA-Betrag ab. Linear. Je nachdem. Wie gesagt, wann wir es angeschafft haben. Halbjahresregel oder pro Rata temporis. Nach Steuerrecht entsprechend nur pro Rata temporis. Also haken wir ab. Haben wir im letzten Video bearbeitet. Dann haben wir die Möglichkeit der Sofortabschreibung. Also Sofortabschreibung. Sofortabschreibung. Ich muss jetzt ein bisschen kleiner werden, weil wir brauchen noch ein bisschen Platz gleich für den Sammelposten. So. Sofortabschreibung. Und zwar Paragraph 6 Absatz 2 im ESTG. Lass uns da einfach mal hineinblicken und gucken, was steht da denn eigentlich. So. ESTG. Paragraph 6. Gucken wir mal kurz. Absatz 2 sagt ich. Die Anschaffung zu der Herstellungskosten oder der nach Absatz 1 Nummer 5 bis 6 an deren Stelle treten den Wert von abnutzbaren, beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind, können im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage des Wirtschaftsgut oder der Eröffnung des Betriebs in voller Höhe als Betriebsausgabe abgezogen werden. Das ist die, ähm, der Abzug, also, ähm, Sofortabschreibung als Betriebsausgabe. So. Hier müssen allerdings die Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sein. Tatbestandsvoraussetzungen. Die habe ich mir hier nochmal notiert stehen, aber im Gesetz habe ich jetzt vorgetragen. Wir brauchen einen Vermögensgegenstand bzw. ein Wirtschaftsgut im Anlagevermögen. Dieses muss beweglich sein, abnutzbar sein und selbstständig nutzbar sein. Selbstständig nutzbar sind zum Beispiel keine Druckergeräte, weil für Druckergeräte brauche ich ja noch ein weiteres Gerät, um den Drucker nutzen zu können. Beispielsweise, ich brauche dafür einen Computer. Das heißt, selbstständig nutzbar sind die Druckergeräte nicht. Ich muss das Gerät nämlich vorher einrichten. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Ich kann natürlich einen Kopierer auch ohne, glaube ich, Computer nutzen, wenn ich nur einen Stromabwund kopieren. Aber lassen wir das mal außen vor. Ich möchte meine Word-Dokumente, meine PowerPoint-Präsentation ausdrucken. Brauche dafür einen Computer. Plus den Drucker. Entsprechend ist der Drucker nicht selbstständig nutzbar. Der Drucker, ja. Also, die vier Dinger schreiben wir jetzt mal kurz hin. Und zwar abnutzbar. Abnutzbar erkennen wir hier schon an der Nutzungsdauer. Die wird auf 13 Jahre geschätzt. Also können wir das abhaken. Dann haben wir das zweite Paket. Beweglich. Wir gehen davon aus, dass ein Schreibtisch beweglich ist. Sie kann den Schreibtisch von Büroraum 1 auf Büroraum 2 verschieben, rollen, etc. Je nachdem, was für ein Tisch das ist. Tragen. Auf jeden Fall ist dieser beweglich. Dann haben wir ein Wirtschaftsgut im Anlagevermögen. Anlagevermögen. Das Anlagevermögen ist immer auf langfristige Nutzung ausgelegt. Das Umlaufvermögen immer auf kurzfristige Nutzung. Beziehungsweise alle Vermögensgegenstände und Wirtschaftsgüter im Umlaufvermögen. Bleiben nur kurzfristig im Unternehmen. Im Anlagevermögen bleiben alle Vermögensgegenstände und Wirtschaftsgüter langfristig im Unternehmen. Natürlich habe ich die Möglichkeit, nach 1, 2, 3, 4, 5 Jahren Wirtschaftsgüter und Vermögensgegenstände aus dem Anlagevermögen zu veräußern. Und dann kann man ja sagen, oh, habe ich doch nur kurzfristig genutzt. Aber der Hintergrund, Umlaufvermögen. Ich möchte ja als Händler meine Güter weiter veräußern. An den Endverbraucher, an den Großhändler etc. So. Anlagevermögen und das vierte Paket. Die selbstständige Nutzung. Selbstständige Nutzung. Ja, wenn diese vier Pakete gegeben sind, dann darf ich sofort abschreiben. Dann handelt es sich um ein geringwertiges Wirtschaftsgut. Das mit den 800 Euro entsprechend unter dem Punkt 2 hier fällt. Also habe ich die Möglichkeit der Sofortabschreibung als Betriebsausgabe. Nach § 6 Absatz 2 Einkommenssteuergesetz. Ja, jetzt steht hier noch was von Wahlrecht. Volle Höhe der Anschaffungskosten als Betriebsausgabe. Ja, abzugsfähig, aber gesondertes Verzeichnis notwendig. Okay, das können wir mal zutragen. Gesondertes Verzeichnis notwendig. Und dann würde ich das hier abhaken. Besondertes Verzeichnis notwendig. Mit dem Verzeichnis ist ein T-Konto gemeint. Das würde komplett ausreichen. Und zwar, ja, ich schreibe einfach ein T-Konto in meinem Hauptbuch. Zum Beispiel das T-Konto heißt Sammelposten. Sofortabschreibung etc. GWG oder in der Regel. Heißt das Konto GWG. Ich glaube, das hatten wir hier auch. GWG an Bank, Verbindlichkeiten 800 Euro. Und dann GWG an GWG 800 Euro. Am 31.12. in der Periode X0. So. Dann würde ich sagen, haken wir das mal ab. Und ich blätter mal ein bisschen weiter. Die Aktivierung haben wir abgeschlossen. Wir haben aber die Alternative der Sammelposten. So, also notieren wir hier Sammelposten. Sammelposten. Und zwar gemäß § 6 Absatz 2a im Einkommensteuergesetz. Jetzt habe ich natürlich schon das Gesetz wieder zugeklappt. Hätte ich natürlich aufgeklappt lassen können. So, kurz mal das Einkommensteuergesetz wieder aufblättern. Den 6er Absatz 2a abweichen von den Absatz 2 Satz 1 kann für abnutzbaren, beweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die an der selbstständigen Nutzung fähig sind. Hier haben wir die vier Voraussetzungen, die ihr hier sehen tut. Im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, der Herstellung oder Einlage des Wirtschaftsguts oder der Eröffnung des Betriebs ein Sammelposten gebildet werden. Wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag oder der nach Absatz 1 Nummer 5 bis 6 an deren ertretenen Wert für das einzelne Wirtschaftsgut 250 Euro, aber nicht 1000 Euro übersteigt. Also, wir können die Sammelposten für Wirtschaftsgüter von 250 bis 1000 Euro verwenden. Ich würde die Beträge auch nochmal markieren, habe ich nicht gemacht. Machen wir das mal kurz, 250 und 1000. Wenn das im Gesetz steht, dann nutzen wir doch die Möglichkeit und markieren uns das direkt. Ja, also, Möglichkeit, Alternative 2 gegenüber der Aktivierung. Wir haken jetzt erstmal die Sofortabschreibung ab, die haben wir gemacht. Ja, was gilt jetzt hier? Und zwar, die Tatbestandsvoraussetzungen müssen natürlich erfüllt sein. Das notieren wir als erstes. Die werde ich aber jetzt nicht nochmal aufschreiben. Tatbestandsvoraussetzungen. Voraussetzungen. Siehe, oben. So, das sollte ausreichen. Müssen wir jetzt nicht nochmal prüfen. Dann, nächster Punkt. Ja, der Betrag zwischen 250 und 1000 Euro muss erliegen. Ähm, ja, machen wir das mal kurz. 250. Wirtschaftsgut und dann 1000. Na, habe ich das jetzt richtig? Ich muss ja kurz gucken. 1000 Euro. So, er darf nicht größer sein als 1000 Euro. Okay, haben wir. Er muss aber größer sein als 250 Euro. Also war das mein Fehler. Aber gar kein Problem. Machen wir direkt. So, er muss größer sein als 250. So, er darf aber nicht größer als 1000 Euro sein. So, Mathe, Mathe ist schon ein bisschen her. Ja, hätten wir hier oben auch nochmal hinschreiben können, mache ich das nochmal kurz. Und zwar, Sofortabschreibung gilt für bis 800 Euro. Naja, lassen wir mal. Steht direkt links schon drin. So, dann unabhängig von der tatsächlichen Nutzungsdauer, ähm, plus Monat der Anschaffungskosten, Abschreibung über 5 Jahre. Also Abschreibung über 5 Jahre. Abschreibung, ganz wichtig. Über 5 Jahre. In diesem Fall haben wir ja eine Nutzungsdauer von 13 Jahren. Wir verkürzen diese auf 5 Jahre. Punkt. Egal, wie hoch die Anschaffungskosten sind und egal, wie die Nutzungsdauer in unserer Aufgabe angegeben ist. 5 Jahre. Punkt. Ja, und Fortführung der Sammelposten unabhängig von weiteren Schicksal, ähm, der dann eingestellten Wirtschaftsgüter. Und Wahlrecht gilt dann für alle im Wirtschaftsjahr dem Betriebsvermögen zugeführten Wirtschaftsgüter einheitlich. Also wenn ich mir sage, okay, ich verwende jetzt den Sammelposten, dann muss ich das auch für alle anderen Güter in diesem Wirtschaftsjahr machen, die dem Betriebsvermögen zugeführt werden. Das sind noch so ein paar Detail, ähm, ähm, Punkte, die man noch auffüllen kann, werde ich jetzt hier nicht notieren. Wir berechnen dagegen jetzt allerdings den AFA-Betrag. Und zwar AFA-Betrag. So, und wir wissen AK oder HK, hier haben wir Anschaffungskosten durch die Nutzungsdauer. In diesem Fall dann die 800 durch die 5. So, kleinen Taschenrechner, müsste eigentlich im Kopf zu machen sein, 160 Euro jährlich abschreiben. 160 Euro sind jährlich abzuschreiben. Ja, und das gibt uns, ähm, in dieser Sammelposten auch vor. Was wir jetzt hier nicht machen, ist, dass wir jetzt hier nochmal die Halbjahresregel oder Pro Rata Temporus anwenden. Und zwar Buchung, GWG, Sammelposten, 800 Euro an Bankverbindlichkeiten, 800 Euro. Ähm, und AFA-GWG, Sammelposten, könnt ihr das Konto auch einfach GWG, Sammelposten nennen, 160 Euro an GWG, Sammelposten, 160 Euro, wenn wir es wieder auflösen. Ja, wirkt sich mal jetzt Gegenrechnung. Okay, das brauchen wir jetzt nicht, weil wir keinen Verkauf hier in der Aufgabe drin haben. So, worauf ich hinaus will, ist, ähm, wir merken uns, es gibt drei Möglichkeiten geringwertiger Wirtschaftsgüter. Erstmal muss ich die Tatbestandsvoraussetzungen prüfen. Und zwar, wenn ich ein Wirtschaftsgut mit einem Netto-Wert, ganz wichtig, Anschaffungskosten mehr Netto, das habe ich jetzt hier nie irgendwo noch hingeschrieben mit den Steuern, die haben wir mal außen vor gelassen. So, Netto, wenn ich über 1000 Euro liege, dann handelt es sich nicht um ein geringwertiges Wirtschaftsgut. Dann kann ich hier schon alles vergessen. Wenn ich über unter 1000 Euro liege, muss ich gucken, okay, in welche Klasse falle ich hinein. So, handelt es sich überhaupt ein geringwertiges Wirtschaftsgut? Ich muss die Tatbestandsvoraussetzungen prüfen. Diese vier Pakete, ganz wichtig. Und dann muss ich eine Entscheidung treffen, Sofortabschreibung, Aktivierung, Sammelposten, je nachdem, wo ich mich hier drinne befinde. Und wenn ich einen Sammelposten in Anspruch nehme, dann, ganz wichtig, Abschreibung über 5 Jahre. Vielleicht ein häufiger Fehler, denke ich, dass man dann sagt, okay, dann schreibe ich über 13 Jahre ab. Und dann, ja, dann nehme ich auch nicht mehr die Halbjahresregel oder die Pro Rate Temporisregel in Anspruch, sondern ich schreibe jedes Jahr 160 konsequent ab. Und nach, am Ende der Periode X4 hätte ich dann hier einen Buchwert von 0 Euro. Das ist einmal nur linear wieder runterrattern hier. Ja, und wir schreiben ja hier linear ab. Das wird es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte es so ein bisschen näher bringen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.